Wenn man an Kika-Liner denkt, so haben die Beschäftigten dort wohl keine gute Meinung mehr vom Tiroler Immobilien-Jongleur René Benko. Was sich die teilweise sehr prominenten Mitaktionäre in den Signa-Gesellschaften denken, ist nicht bekannt. Jetzt ist aber dokumentiert, mit welch großzügigen Ausschüttungen sie in der Vergangenheit bedacht wurden. Für das Geschäftsjahr 2020 zahlte die Signa Prime bei 819 Millionen Euro Bilanzgewinn 220 Millionen Euro an Dividenden aus. Die Signa Development bei 214 Millionen Euro gewinnt sogar 98,5 Millionen Euro. Das Geld floss an diverse der Familie Benko nahestehenden Gesellschaften und die anderen Aktionäre. Außerdem hat die Tiroler Wirtschaftskammer dem Immobilieninvestor René Benko das Innsbrucker Ärztezentrum Medisent abgekauft. Die dort angesiedelten Mieter sollen bleiben können, dafür plant die Wirtschaftskammer offenbar, die daneben liegende Freifläche zur Erweiterung des Wifi-Campus zu nützen. Das Medisent war ein frühes Projekt von Benko und 20 Millionen Euro wurden dafür im Jahr 2004 investiert. Derzeit sind in dem Gebäude mehr als 35 Ärzte und Therapeuten angesiedelt, zudem ein Fitnessstudio. Diese Mieter sollen bleiben, der Wirtschaftskammer gehe es vielmehr um die 3000 Quadratmeter an unbebauter Fläche, die an das Medisent angrenzt. Hier soll der Campus des Wifi erweitert werden. Siegner hatte zuletzt unter anderem mit dem Verkauf von Kika-Liner samt Gebäuden Schlagzeilen gemacht. Die neuen Eigentümer der Möbelkette meldeten kurz nach Übernahme Insolvenz an. Gemessen an den betroffenen Dienstnehmern rund 3.300 Personen handelte es sich laut dem Alpenländischen Kreditorenverband um die größte Insolvenz der letzten zehn Jahre in Österreich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017